Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Adopt Me. Und heute schaue ich mal, was mir Leute so gegen meinen Mega-Neon-Affen traden. Euch vor das Video beginnt, würde es mich wirklich freuen, wenn ihr das Video liken könntet und meinen Kanal abonniert, weil es mir wirklich weiterhelfen würde. Ich stehe jetzt auch hier schon in der Mitte. Und oh mein Gott, die Person hier hat einfach einen Shadow Dragon in Mega-Neon. Okay, krass. Aber hier schauen wir jetzt einfach mal, was die Leute so traden gegen meinen Mega-Neon-Affen. Und warum läuft die Person mir hier so hinterher? Oh mein Gott, hör doch mal auf, hier hinterher zu laufen. Warte, habe ich ihn hier irgendwo ausgewählt? Hier habe ich meinen Affen, ich muss den noch als Favorit hinzufügen. Aber ja, egal. Was tradest du mir gegen meinen Mega-Neon-Affen? Die Cow hier in Flyride? Den Neon-Affen? Irgendwas sagt mir, dass das nicht ganz fair ist. Aber warte mal, Leute. Ich schätze ihn jetzt noch als Favorit hier. Perfekt. Und jetzt traden wir einfach andere Leute nochmal an. So, Dark Vapor. Mein Mega-Neon-Monkey gegen einen Limonadenstand? Ah, okay. Ein Fossil-Egg? Ein Ladybug? Also es ist trotzdem... Oh, ein Bad. Kommt da noch was? Ein Büffel? Okay, wir kommen jetzt in die Pads, die nicht mehr so gut sind. Ochse? Noch ein Ochse? Ein Australian Kelpie? Und ein Mammut? Okay. Nein, irgendwie ist das ziemlich under für mich. Deshalb nehme ich das leider nicht an. Rabbit, was gibst du mir gegen meinen Mega-Neon-Monkey? Ne, Neon-Flyride-Cat? Ein Ride-Guardian-Line? Man bedenke, der Monkey ist nur rare. Aber er ist halt Mega-Neon. Und deshalb ist das schon ziemlich under mit diesem Guardian-Line. Also nein, das kann ich leider nicht annehmen an der Stelle. Wir können aber mal weiterschauen und einfach mal mit anderen Leuten noch traden. Hier, die hat einen Panda. Jazzbomb. Wer bist du? Was gibst du mir gegen meinen Mega-Neon-Monkey? Ein Neon-Reindeer? Würde sie das machen? Ich weiß nicht. Nein, würde sie nicht. Okay, das macht sie anscheinend nicht. Und was tradest du mir hier gegen den Mega-Neon-Twin? Oh, Emoji123-Twin. Was tradest du mir gegen meinen Monkey? Ein O-Schnack? Noch ein O-Schnack? War's das? Ich glaub, das war's. Ja, okay. Dann muss ich das leider auch ablehnen, weil das ist komplett under für mich. Das kann ich nicht annehmen. Aber hier nehmen wir den Paycheck mit. Und gehen wir noch schnell in die Schule, weil dann bekommen wir auch noch ein paar extra Bucks. Ich bin ja kurz wieder vor den 20.000 Bucks. Ich hab ja vor kurzem bei dem Baby-Shop-Update. Zudem werde ich auch noch ein Video machen. Das hab ich, glaub ich, im letzten Adopt-Me-Video schon gesagt. Da werde ich immer noch ein Video dazu machen. Aber nicht nur zu dem Baby-Shop-Update, sondern auch generell zu der Lage von Adopt-Me. Warum ich finde, dass Adopt-Me vielleicht sterben könnte. Vielleicht aber auch sogar noch eine Chance hat zu überleben. Aber jedenfalls, da hab ich mir die alten Sachen noch gekauft. Hier, wo haben wir denn die Toys hier? Was gab's denn da? Die alten Sachen war dieser Dodge-Rattle. Da hab ich mir einen davon gekauft, weil ich den so cool fand. Und dann auch die ganzen Stroller, die alten. Diese waren auch nicht billig. Aber da reden wir dann in dem anderen Video drüber. Jetzt legen wir den noch schnell schlafen. Sind ja auch fertig mit der Schule. Perfekt. Und jetzt bekommen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Und train jetzt einfach noch ein paar Leute. Hallo, Angelina. Was tradest du mir denn? Und was tradest du mir denn? Boah, ich wollte dich nicht abpicken. Hallo, Trade. Was tradest du mir denn gegen meinen Mega-Neon-Monkey? Der Panda. Panda ist ein cooles Pet. Aber ich glaub, das wär ziemlich anders, wenn ich das annehmen würde. Deshalb will ich noch wissen, ob der noch was zulegt. Aber ich glaub nicht. Oh, ich hab was ganz, was Wichtiges vergessen. Obama. Ja, und mit dem würde ich auch sagen, dass wir mal in die nächste Lobby gehen. Weil ich glaub, dass wir hier jetzt alle Trades durch haben mit der Zeit. So, jetzt sind wir auch in der neuen Lobby angekommen. Ich ride jetzt hier erstmal auf meinen Monkey, damit man besser sieht, was das für ein Pet ist und alles. Und dann gehen wir zum Gift-Job natürlich. Und jetzt sind wir in der Mitte und schauen mal, was die Leute hier so traden. Gegen meinen Monkey. Hier sehen wir schon mal eine Turtle und einen Kizune. Ich glaub, dass wir hier schon ein paar Leute haben werden, die was traden hier. Was tradet denn Pink Boleol gegen meinen Mega-Neon-Ride-Monkey? Legt die überhaupt irgendwas rein? Legst du was rein? Nicht? Ja, dann wohl nicht. Hier ist jemand mit einem Panda. Hier haben wir andere Personen. Da noch einen mit einer Bee. Trainen wir alle einfach mal an mit der Zeit. Hier ist Small Bino. Mega-Neon-Monkey. In Ride. Ne Fly Ride Bee. Das ist ziemlich schlecht tatsächlich dagegen. Also, das kann ich gar nicht annehmen. Also, beim besten Willen. Da will ich nicht wissen, was ich dafür sagen würde. Ich will nicht die Familie joinen. Sorry. Du hast nur eine Cat. Hast du noch mehr Pets als eine Cat? Du hast nicht mehr Pets. Oh, das tut mir jetzt leid. Aber, ja, keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht geben. Sorry, I said Neon. Okay. Hier sind aber noch ein paar Leute. Wir traden jetzt einfach noch ein paar weiteren Leuten. Hier. Und eine Monkey. In Mega-Neon. Was tradet mir Skylar dafür? Nen Ride Dolphin. Dolphin ist, glaub ich, zum Riden ganz cool. Aber in keiner Welt gegen den Mega-Neon-Ride-Monkey. Also, so ein Riden Monkey ist doch auch cool. Ich find's zwar ein bisschen schade, dass der bei Neon, beziehungsweise auch bei Mega-Neon, da switchen ja nur die Farben, nur dieses Ohr und die paar Füßchen da leuchten. Keine Ahnung. Das hätte man, glaub ich, ein bisschen besser machen können vielleicht. Ich find's gar nicht so geil. Es ist okay. Aber nicht so gut. So, schauen wir einfach mal weiter. Give me a free pet first. Ich glaub, da will jemand scammen. Oh, ich glaub, da will jemand scammen. Aber ich schreit's jetzt noch nicht ein. Vielleicht mal später schauen, ob ich einschreiten muss. Antonia Best, was gibst du mir gegen meinen Ride Mega-Neon-Monkey? Die Cobra. Die Cobra hab ich tatsächlich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Weil beim letzten Adopt-Me-Video oder bei dem Adopt-Me-Video mit dieser neuen Skycastle-Kabel-Cobra ja einfach nicht mit raus. Aber wenn das das Einzige ist, was sie hier reinlegt, dann muss ich das auch leider ablehnen. Weil, ja, das ist zu wenig, eindeutig. So, hier haben wir die Leute noch gar nicht... Oh, ich wollte dich gar nicht abpicken. Geh runter. Geh runter. Check. Ich will mit dir traden. Ich will traden mit dir, check. Und hier, ich will mit euch alle traden. Mit allen will ich traden. Hier, die Leute. Mit denen trade ich noch. Oh, nee. Snow Owl. Snow Owl ist ein gutes Pet. Trade ich auch noch mit der. Hier da drüben mit dir. Die will eigentlich nicht traden. Und die, die Client einfach... Okay, Fran. Was gibst du mir gegen meinen Ride Mega-Neon-Monkey? Ein Ride-Lama? Das Lama ist, glaub ich, ziemlich selten. Das ist aus dem Ossieck? Aus dem Ossieck? Ich weiß es gar nicht. Der Polarbeer, der ist auch ziemlich selten. Ist der Polarbeer ziemlich selten? Ich weiß es nicht. Aber er hat sowieso die Client. Also, wird das wohl nichts. Und in der Lobby wird das, glaub ich, auch nichts mehr. Also, müssen wir jetzt noch mal schnell switchen. So, ich bin jetzt auch in der Mitte angekommen. Hier sind gar nicht so viele Leute, wie erwartet. Also, ich glaub nicht, dass die Lobby hier gut ist zum traden. Aber wir können ja mal schauen, was die Leute so hier für meine Mega-Neon-Monkey traden. Nell Ride Puma? Hm, das ist gar nicht so gut. Kommt dann noch mehr? Also, es wäre ziemlich wichtig, dass es noch mehr kommt. Aber anscheinend nicht. Also, das kann ich nicht machen. Was tradest du mir gegen meine Mega-Neon-Ride-Monkey? Eine Fly-Ride-Queenbee? Ein Red Panda? Ein Metall-Ochse? Noch ein Metall-Ochse? Ein Floppy-Bunny-Plushie? Zwei Small-Gifts? Zwei Big-Gifts? Und jetzt wird sie wahrscheinlich die Queenbee noch rausnehmen, oder? Weil die Queenbee ist ein gutes Pad. Aber ich glaube, es wäre tatsächlich noch ein bisschen anders. Also, das kann ich leider nicht machen. Sorry. Wir können ja nochmal weiterschauen. Hier reihen wir sowieso noch weiter auf meinem Mega-Neon-Affen. Und hier frage ich mich jetzt auch, was mir Angry Laurent gegen meine Mega-Neon-Monkey gibt. Einen Glyptodon? Einen Dolphin? Einen Chocolate Labrador? Eine Cat? Einfach eine Wasserflasche? Einen goldenen Healing Apple? Den man auch hier im Krankenhaus bekommt? Eine Pizza? Und ich glaube, das wird jetzt nicht mehr. Mehr Marshmallow on a Stick? Und ein Sandwich? Okay. Okay, das können wir vergessen. Die Person hat nicht viel und kann auch nicht gescheit offern für meinen Monkey. Das ist auch nicht schlimm, aber wir wollen halt jetzt Leute haben, mit denen wir gut trainen können. Einen Red Squirrel bekommen wir gegen meinen Mega-Neon-Ride-Monkey? Noch mehr? Nicht mehr? Ja, dann. Dann war es das. Oh, doch. No, Schneck. Ein Seepferdchen? Noch ein Seepferdchen? Ein drittes Seepferdchen? Noch ein Glyptodon? Ein Narwal? Ein Monkey? Und ein Penguin? Okay, das ist komplett anders. Das ist überhaupt nicht wert gegen meinen Monkey. Oh, hier sehe ich einen Typen mit einem Ghostbunny. Ghostbunny ist ziemlich selten. Er ist ziemlich selten. Wenn ich jetzt meinen Monkey reinlede, bekomme ich einen Ghostbunny dafür. Okay. Würde die Person akzeptieren, theoretisch? Warte, wir drücken... Oh, und sie hat die Kleine. Ich wollte gerade sagen... Warte, wir drücken mal auf Accept. Aber so weit ist es gar nicht gekommen. Schauen wir mal weiter. Einen Mega-Neon-Ride-Monkey. Die Person hatten wir schon. Die können wir gleich, die Kleinen. Die brauchen wir nicht nochmal. Dann hier bekommen wir den nächsten Trait. Und das ist eine Neon-Ride-Cat. Aha. Okay, eine Krabbe. Wird das noch mehr? Oh, ein Lunar-Ochse. Noch eine Cat. Ein Crack-Deck. War es das? Ah, sieht so aus, als wäre es das jetzt aber auch gewesen. Oh, nein, doch nicht. Ein Otter noch. Okay, jetzt sieht es aus, als wäre es das gewesen. Und das muss ich leider auch die Kleinen. Ist kein guter Trade. Sorry. Ah, nicht Join-Family. Ich will nicht Join-Family. Ah, nicht Flower-Girl. Wir hatten dich gerade. Ja, die Lobby war ziemlich leer. Ich suche mir, glaube ich, noch eine letzte schnell aus. So, ich bin jetzt in der nächsten Lobby angekommen. Und die sieht ein bisschen voller aus. Auch nicht wirklich. Das täuscht nur mit diesen zwei Ice-Cream-Wagen. Aber die sieht wenigstens ein bisschen voller aus. Da ist es schon mal besser. Dann trainen wir auch noch diese Leute an. Hier haben wir jemanden noch mit einer Ente. Ist auch ein ziemlich seltenes Pet eigentlich. Eine Ente habe ich noch gar nicht so oft gesehen. Dann hier weiter ein Charm-Rock. Was willst du von mir, Charm-Rock? Natürlich meinen Mega-Neon-Ride-Monkey. Und du gibst mir einen Ride-Piterodactylus. Einen Bandicoot. Einen Mega-Neon. Oh. Also es ist jetzt ein Common-Pet. Aber es ist ein Mega-Neon-Bandicoot. Und das ist... Keine Ahnung. Ich würde es jetzt nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass man es machen sollte. Und das ist ziemlich Big Win is. Weil es war Common gegen Rare. Oder Ankommen. Nein, Common gegen Rare. Und deshalb ist es ein ziemlich schlechter Trade. Eigentlich. Tatsächlich. So, Lily-Pineapple. Ich habe hier eine Mega-Neon-Ride-Monkey. Und du hast hier eine Mega-Neon-Ride-Monkey. Einen Koala in Ultra-Rare. Einen Ride. Einen Squirrel in Ride. Einen Griffin in Ride. Griffin ist legendär. Aber es ist kein gutes Legendär. Deshalb muss ich das leider auch ablehnen. Weil das wäre noch komplett anders gewesen. Hier aber sehe ich eine Person mit einem Goldenen Dragon. Einen Goldenen Dragon wäre gut. Schauen wir mal. Mega-Neon-Ride-Monkey. Einen Banana-Car. Einen Banana-Car ist gar nicht so viel wert. Das bekommst du ja auch einfach hier von diesem Schild da. Da ein normaler Monkey. Noch ein normaler Monkey. Noch ein normaler Monkey. Noch ein normaler Monkey. Haben wir schon vier. Die sind alle newborn, glaube ich. Nein, einer ist Junior. Aber nee, das kann ich nicht annehmen. Das ist ein ziemlich schlechter Trade. Dafür könnte ich weitaus bessere Pets bekommen. So. Schauen wir nochmal. Was trainen wir hier diese Personen noch dagegen? Hier. Einen Mega-Neon-Ride-Monkey. Gegen einen Red Panda. Einen Monkey. Einen Snow Puma. Einen Cat. Einen Narwal. Und das war's. Ja, okay. Dann muss ich das ablehnen. Weil es ist wirklich kein guter Trade. Aber an der Stelle würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ciao. Ciao.